Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser Spezialausgabe von Spiel doch mal. Wir sind ja gerade in der Corona-Zeit und viele Escape-Raumanbieter haben aktuell das Problem, dass sie nicht öffnen dürfen oder mittlerweile wieder öffnen dürfen, aber nur für kleinere Gruppen und dadurch Verluste haben. Sie waren lange geschlossen. Und da sind einige Escape-Raumanbieter sehr kreativ geworden und haben Escape-Raum-Spiele für zuhause erfunden. Und wir haben jetzt mal exemplarisch einen Anbieter davon sozusagen getestet, nämlich den Rätselraum Ruhrpott aus Bochum. Der hat zwei Fälle entwickelt. Ihr seht hier den einen und hier den anderen, die man sich sozusagen print at home runterladen kann. Das kostet ein bisschen Geld natürlich, weil diese Räume wollen ja auch weiter bestehen. Wir haben die exemplarisch jetzt mal für euch getestet, damit ihr mal seht, was es aktuell alles noch so gibt. Und da ja Escape-Raume oder so spielbare für zuhause, spielbare Escape-Raume für zuhause aktuell eh im Trend liegen, haben wir gedacht, wir gucken mal, wie gut solche Anbieter mit den Brettspiel-Verlagen, die auch Escape-Raume anbieten, mithalten können. Und haben uns eben diese zwei Fälle genauer angeschaut. Und jetzt gehe ich mal näher auf die Fälle ein. Das eine ist der Fall abgetaucht. Hier geht es darum, dass wir einen, was ich ganz interessant finde, wir haben einen Telegram-Chat-Bot dabei. Das ist eine Person, die Sieglinde heißt hier, glaube ich, die sucht ihren Mann, der vor zehn Jahren oder ihren Geliebten, der vor zehn Jahren auswandern musste und ihr jetzt Hinweise hinterlassen hat, wo er sich befindet. Und sie kann aber alleine natürlich nicht die Hinweise entschlüsseln. Wir sind gute Freunde von ihr und helfen ihr jetzt, damit sie eben ihre große Liebe wiederfindet. Und das Besondere, was auch für beide Räume gilt, ist, wir kriegen einen ganzen Haufen Papier. Den haben wir komplett von Anfang an zur Verfügung und müssen dann herausfinden, okay, was müssen wir überhaupt tun. Da gibt es Postkarten, Briefe, diverses Material, was man so ein bisschen ausschneiden muss. Und was müssen wir tun, wie müssen wir das tun und wo landen wir dann am Ende. Und bei diesem Fall hilft uns eben dieser Chat-Bot. Also die Sieglinde sagt dann mir, das habe ich noch. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt mir doch Foto von XYZ. Dann kann man das eintippen und dann kriegt man eben das Foto von diesen Sachen und sieht dann wieder, okay, ah, okay, da gibt es irgendwie ein Rätsel zu. Da brauchen wir irgendwie so einen Code oder sowas und können dann mit unserem Material das eben entschlüsseln. Und das Ganze ist tatsächlich sehr, also das hier ist so ein Rätsellastik und man sieht schon so ein bisschen, da ist ein Regal, hier sind so Weinflaschen, hier sind so Weinfostkarten. Also man kann schon erkennen, was gehört wohl irgendwie so zusammen für die Rätsel und hat dann praktisch drei große Rätsel, die man entschlüsseln muss, um dann das zum Endrätsel zu gelangen. Und ich muss sagen, das hat mir recht gut gefallen. Also dieser Raum muss sich auf keinen Fall verstecken hinter anderen Räumen. Wir haben jetzt nicht ganz so lange dafür gebraucht. Wir haben es zu zweit gespielt, haben etwa eine knappe Stunde daran gerätselt. Aber die Rätsel waren auf jeden Fall keine 0815 Rätsel. Die waren gut durchdacht. Es gab keine Stellen, wo wir gedacht haben, nee, das war jetzt unlogisch oder sowas. Und wir kamen auch gut voran. Und was ich auch spannend finde, das haben wir auch mal getestet, es gibt auch sogar ein Hilfesystem. Also man kann dieser Sieglinde dann schreiben, wobei man Hilfe braucht und die antwortet dann. Und das funktioniert richtig gut mit diesem Chatbot. Und das habe ich so in anderen Escape-Raum-Spielen auch noch nicht erlebt oder nur so im Ansatz bisher. Aber so richtig, dass die mit eingebunden wird und man praktisch mit der kommuniziert, das war noch nicht... Und das fand ich ziemlich cool und es hat sehr gut funktioniert. Und ich fand den Raum, wie gesagt, der braucht sich nicht verstecken. Es wäre jetzt, wenn ich mal über alle Anbieter hinweg schaue, also auch den Verlagen, nicht mein absoluter Lieblingsraum. Also ich würde sagen, er ordnet sich gut im oberen Drittel ein, aber eben nicht ganz, ganz oben. Aber wie gesagt, schlüssig, stimmig und wir hatten echt eine tolle Stunde damit. Genau. Dann kommen wir zu dem zweiten Fall. Da heißt Hilferuf einer Elfe. Der spielt in so einer Magierwelt, die sehr viele Anspielungen auf Harry Potter hat. Also zum Beispiel hier haben wir so Zeitungsartikel, die Kammer des Grauens. Ja, und so hat man... So, ich finde Harry Potter ja toll und hat dann auch, wenn man sich da in der Welt ganz gut auskennt, so ganz viele Anspielungen verstanden. Das fand ich schon mal richtig klasse. Und dieser Fall ist komplett anders wie der hier. Es sind keine Rätsel, sondern es ist eher so wie die Adventure-Fälle. Also man muss was rausfinden, am Ende auch Fragen beantworten, also eher so fast schon so detektivmäßig. Und hat auch wieder all das, was ihr hier seht, direkt von Anfang an. Hier sind ziemlich viele Blätter, also es ist fast doppelt so viel Material wie bei dem hier. Und kriegt alles auf einmal und muss erst mal rausfinden, was ist überhaupt passiert, wie ist das passiert, warum, wer könnte verdächtig sein. Man hat auch so eine Tabelle, die man ausfüllen kann mit Verdächtigen, warum sind sie verdächtig, was ist das Motiv und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also den würde ich sogar sagen, könnte man direkt in eine Packung machen, ins Regal stellen und so verkaufen. Also der muss sich überhaupt nicht verstecken im Vergleich zu zum Beispiel den Adventure-Fällen, die ja eben so ein ähnliches Prinzip haben. Und es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es war auch wieder so, dass man am Anfang gedacht hat, boah, wir haben so viel Material, wir kommen damit niemals zurecht. Wir haben auch den zu zweit gespielt. Und so nach und nach irgendwie so, ah, hier ist irgendwie sowas. Guck mal, das könnte ja dazu passen. Ah, warte mal, warte mal. Und dann kommt man so weiter und es ergibt sich so nach und nach. Wir hatten hier mit knapp zwei Stunden Spielspaß und es war in keiner Sekunde langweilig. Es war auch wieder alles logisch, hat sich alles ergeben. Wir hatten nur an einer Stelle, glaube ich, da haben wir eine Sache überhaupt nicht benutzt im Spiel. Aber es gab eine tolle Auflösung am Ende. Man konnte dann auf so einer Webseite halt nachgucken. Und da haben wir dann auch herausgefunden, wie man das hätte benutzen können. Wir sind es irgendwie umgangen, hat trotzdem aber funktioniert. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil so viel Material spricht eher für das Spiel, dass man eben auch auf verschiedenen Wegen dann auf die Lösung kommen konnte. Und das fand ich richtig klasse. Also das hat super viel Spaß gemacht, nach und nach so rauszufinden. So, hier, guck mal, da ist noch so ein komischer Zettel, den haben wir doch gar nicht benutzt. Was steht denn da überhaupt drauf? Oh, ah, okay, hätten wir das mal früher gewusst, dann hätten wir uns vielleicht da hinten das Rätseln da sparen können. Weil hier steht es ja und sowas. Und wie sich so nach und nach das Bild zusammengesetzt hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also diesen Fall, muss ich sagen, der war richtig top. Der hat mich nachhaltig beeindruckt dafür, dass eigentlich kein Verlag, kein Redakteur und sowas dahinter steht. Und ich bin von beiden Fällen insgesamt positiv beeindruckt. Klar, ich habe das schon auch so ein bisschen erwartet, weil es sind natürlich die Profis, die sonst die Escape-Räume zwar in einem Raum gestalten, aber sich da ja auch die Rätsel ausdenken. Also es sind schon auch Rätsel-Profis. Aber nur weil man guten Raum herrichten kann, heißt es ja noch lange nicht, dass man das auch gut irgendwie auf Papier bringt. Und das ist hier sehr gut gelungen. Der Fall hat mir einen Ticken besser gefallen als der. Aber wie gesagt, beide Fälle waren top. Und das Wichtigste bei diesen Fällen, finde ich ja, ist immer, dass es logisch ist, dass man auch darauf kommen kann, dass man das nachvollziehen kann. Und das war hier bei beiden Fällen gegeben. Und ich freue mich sehr, dass auch Escape-Raumanbieter da eine Möglichkeit gefunden haben, wie man sie in der Corona-Zeit unterstützen kann. Deswegen haben wir auch sehr gerne hier die beiden Räume heute vorgestellt, um euch einfach zu zeigen. Guckt mal, wenn ihr vielleicht auch euren Escape-Raum in der Nähe oder eben auch diesen hier aus Bochum unterstützen wollt. Die bieten Sachen an, auch wenn man gerade nicht zu ihnen kommen kann, was zu euch nach Hause kommt. Und ich finde es eine tolle Möglichkeit, die zu unterstützen. Deswegen, vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, da nochmal zu rätseln, euch das anzuschauen. Und hier eben zwei Empfehlungen von uns. Ja, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß mit dem Video und seid jetzt vielleicht auch in Rätselstimmung. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.